Was denkst du eigentlich, wenn du HJV hörst? Gute Frage. Habe ich schon mal gehört. Ist das nicht der komische Verein, der auch Ausbildungen macht und so? Ach die, die machen doch nur Ärger. Noch nie von gehört. Ich habe nur mal gehört, dass da nicht alles rund läuft. Haben die überhaupt etwas mit der Jugend zu tun? Jetzt auf jeden Fall. Es gibt Dinge, die dir am HJV nicht gefallen? Dann mach mit. Mit dem neuen Junior-Team Hessen hast du die Chance, das zu ändern. Junior-Team Hessen! Wir sehen uns irgendwo. Egal ob im Internet, auf der Matte oder sonst irgendwo. Denn mit deiner Hilfe können wir viel bewegen.